So, herzlichen Glückwunsch zurück zu meinem Let's Play The Legend of Zelda The Adventure of Link. Wir sind hier in der Stadt, ähm, weiß wie auch immer die heißen mag, stehen geblieben. Ja, ähm, und wollten uns eigentlich auf den wirkstens zweiten Palast machen, nachdem wir hier den Zauber bekommen haben. So, aber das wollte ich euch nochmal zeigen. Hier können wir noch nicht rüber, aber hier müssen wir nachher weiter. Ja, ähm, um hier die Brücke zu öffnen, das sagt er uns, glaube ich, auch, sobald er mal reingeht. Ähm, ja, die sanierte Ritter hier sollte es uns sagen. Only Town Park may cross this river. Ja, genau, irgendwie nur Stadtmenschen oder wie auch immer, ähm, dürfen diesen Fluss übertreten. Und irgendwo bekommen wir auch den Hinweis, dass wir von irgendwo auch die Erlaubnis bekommen. Ich schaue mich da mal noch genauer um. Ach, ne, das ist nämlich diese komische Schlafenschleim. Wo bekam ich denn den Hinweis noch? Ähm, in Midoro Swam. Find a handy glove. Ja, das kennen wir schon. Ach, dich wollen wir doch gar nicht, du. Sorry, I know nothing. Ach, toll, Mistgedingsel. Ach, jetzt, jetzt steh mir doch nicht im Weg, Krum. Stop and rest here. Ja, schön, ich will lieber diese komische Federmaus umbringen. Die ordentlich Schaden macht, wie mir gerade auffällt. Ach, I am much too busy to talk to strangers. Ähm, sagt mir jetzt gerade nichts, aber okay. Ähm. Hallo. Schön. Das sagt uns noch viel mehr. Zum Glück haben wir hier diese nette, gute Dame, die uns die Energie immer auffüllt. Also, ich fand mir sicher, hier irgendwo stand das auch, oder besser gesagt, sagt uns das jemand auch. Da war nur das Spiegel drinnen, den wir übrigens auch noch abgeben werden, dann erhalten wir endlich unseren Heilzauber. Und zwar bei dieser guten Dame hier. Oh, you found my mirror. Ja, ist das nicht toll? Dann lass mich da mal rein. Komisch, hier ist reingegangen, aber hier irgendwo rumstehen tut sie nicht. Naja, egal. Und hier ist dann auch der alte Mensch der Stadt. Use this magic to restore your life. Schön. Wie stehen wir denn da? Ähm, gut, dann haben wir auch den Live-Zauber. Puh, puh, der ist teuer. Ja, 60 Magie-Punkte. Ich glaube, ein so ein Kasten sind 16 Magie-Punkte. Nun könnt ihr euch mal ausrechnen. Das heißt, umfasst unsere ganze Magie ist weg, irgendwie. Zumindest eine ganze Menge davon. Erzählst du uns das? Ähm. Ach nee, du sagst uns nur, dass hier überall diese Spione von Ganon sind. So, und wie heißt diese Stadt jetzt? What the town of... Saria. Okay, Saria. Das war diese nette Stadt. Saria, Salia. Hört sich alles gleich an. Also ich war mir sicher, dass wir irgendwo noch den Hinweis bekamen, dass irgendwo in den Wäldern da oben der komische Typ, die da wohnt. Ach, nun lassen wir doch alle in Ruhe. Ähm. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir begeben uns lieber in den Sumpfpalast. Wenn wir da nochmal in diesem Leben ankommen. Ach, diese Vögel finde ich ja auch furchtbar. Oh, toll, dann lassen wir auch nur einen Trank fallen oder was. Komm her, put put. Danke. Ich denke, so aufgelevelt, wie wir sind, sollte es reichen. Wenn nicht, dann eben nicht. Ah, das ist mein leichter Weg. Dem Wäldern kann man relativ gut ausweichen. Und so schlimm sind diese komischen Nacktschnecken jetzt auch nicht. Schuhu, blabadie. Die Brücke ist auf jeden Fall angenehmer als die andere. So, da müsste eine Fäde drin sein. Okay, nehme ich lieber die Waldgefahr. Oh, blaue Spinnen. Äh. Ja, die springen. Und nerven. Und das alles gleichzeitig. Boah, die bringen XP. Ich glaube, hier kann man auch gut trainieren, oder? Boah. Na, aber ich will hier eher nicht trainieren. Mich zieht das ganz eher irgendwie... ...meine Richtung Sumpfpalast, damit wir hier immer ein bisschen weiterkommen. Und ich glaube, hier irgendwo in einem Sumpf war auch ein Leben versteckt. Ha, die Fee, die Fee, die Fee, die Fee. Gib mir die Fee, gib mir die Fee. Oh. Ja, mit der Zeit verschwinden die auch mal. Ich könnte hier jetzt echt noch Ewigkeit noch sitzen und nach ner Fee suchen. Weil ich glaube, wir kommen hier relativ häufig in die Gegend. So, aber schauen wir erstmal, was es hier gibt. Nein. Haben wir die Fee? Jawohl, wir haben die Fee. Okay. Dann mache ich mir hier schnell einen Safestate hin. Und dann schauen wir mal, was hier dran ist. Hühner. Springende Hühner. Und in dem Fall auch ein Bumerangwerfer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oh Gott. Genauso was wie euch brauche ich jetzt. Die trifft man auch irgendwie nicht. Cool. Dann, wo ist dieser komische Bumerang-Typie? Ich wusste, es gibt hier einen. Ich glaube, der wirft nur mit einem zur Zeit. Das macht es leicht, um auszuweichen. Ja, na toll. Ich springe trotzdem noch genau rein. Dann komm du auch mal her. Ha, getötet. Was ist denn hier hinten drin? Also da habe ich jetzt irgendwie ja keine Erinnerung mehr, was hier hinten sein ist. XP. 500? Ne, nur 200. Na, was heißt nur. Das bedeutet, dass wir fast wieder ein Level abhaben. Zumindest haben wir schon mal die Hälfte voll. Wum. 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 Gut. Dann sind wir auch gar nicht mal mehr so fern vom Sumpfpalast. Und ich glaube, da können wir jetzt auch nochmal auffüllen. Ja, irgendwie. Das Volk mit dem Palästen irgendwie Schlag auf Schlag. So viel dazwischen passiert eigentlich nicht. Greif doch an. Achso. Falsche Taste. Kommst du uns dagegen? Nö. Die bringen auch ganze 10. Boah, ich glaube, hier könnte man etwas trainieren, wenn man noch Trainingsbedarf hat. Zumindest besser als irgendwie da hinten mit den zwei... ...Fledermäusen, wo ich trainiert habe. Ja, und bei diesen Vögeln müsst ihr aufpassen. Die klauen euch ganze 10 XP. Okay. Das ist natürlich nicht so schlimm, wenn dafür ein XP-Beutel da bleibt. Oh, das wird ziemlich verarschen. Den da sollst du angreifen. Okay, doch. Und ich glaube, hier... ...oder doch in dem leeren Feld dort... ...ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwo ein Leben war hier. Irgendwo in einem Sumpf da drinne. Aber okay, dann eben nicht. So, nun könnte ich euch gleich mal den Lebenszauber zeigen. Nachdem ich mir was ausprobiert habe. Weil diese Neffen-Statuen haben ein kleines Geheimnis. Nämlich dieses da, was ihr da gerade gesehen habt. So, aufpassen. Und die ganze Magielleiste. Und das ist jedes Mal da drinne, wenn ihr da noch reinkommt. Aber manchmal sind doch Ritter drinne. Sollte man dann aufpassen. So, der zweite Palast ist schon etwas... ...sehr viel härter. Als der davor. Hm, hier kann man auch gut trainieren, wenn man lange Weile hat. Aber ich bin ja nicht zum Trainieren hier. Ich bin eher dafür hier, diesen Dungeon mal durchzubekommen. Ich weiß ja noch immer nicht, was es ist, was die da runterspruchen. Blut, Lava? Auf jeden Fall tut's weh. Aber kommst du da auch mal raus, oder? Geht doch. Man muss sie nur überzeugen können. Oh, ein blauer Stalfoss. Ich glaube, mit denen war irgendwas. Ich weiß noch gerade nicht, was. Nee, 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 nee. Das war's. Genau. Genau. Die haben... ...einen ganz miesen Angriff drauf. Den sie auch nicht zu knapp einsetzen. Ja, diesen Sprungstoß nach unten werden wir zwar auch noch lernen, aber... ...das hat jetzt wehgetan. Da war ich gar nicht so drauf vorbereitet. Das ist Schleimenerven. Oh, geil. Ja. Die ziehen, glaube ich, auch XP ab. Das sind immer die miesesten Gegner, finde ich. Wenn die Gegner auch noch XP abziehen. Einfach ausweichen, ist das Einfachste. Verdammt, da brauchen wir hier noch einen Schlüssel für. Okay, ich glaube, ich mach's anders. Nachdem wir schon so am Anfang so hervorragend am Versagen sind, aber... ...und die uns hier XP und XP und noch mehr XP klauen. Ähm, werde ich jetzt ganz einfach bei den Dungeons verlassen, mich nochmal voll heilen. Und dann diesen Dungeon nochmal betreten. Ja, das ist das Blöde. Man bekommt hier in den Dungeons keine Karten oder so, mit denen man sich zurechtfinden könnte. Dann probiert man aus und probiert man aus. Dann landet man ständig irgendwo, wo man gar nicht landen will. So, können wir schon. So, dann seht euch mal. So viel ist es gar nicht, was es heilt. Und es wird auch nicht mehr, soweit ich weiß. Und dafür so viele... ...Magie-Punkte verschleudert, dass... ...finde ich auch irgendwie noch, bei der Frechheit. Es gab aber irgendwo auch einen Trick zur Vollheilung noch, aber... ...da bin ich jetzt... ...weiß ich nicht mal, wie das war. So, dann spuck du nochmal dein gutes Tränkchen aus. Dann machen wir jetzt unseren nächsten Versuch, mal diesen Dungeon hier zu beenden. Oder besser gesagt, mal voranzukommen. Was haben wir bisher gemerkt? Eine Schlüsseltür haben wir gefunden. Toll. Dann fahren wir in die Etage tiefer. Das geht noch tiefer. Das mag ich ja. Oh. Euch kleine Gesellen mag ich ja wohl auch. Oh. Weil diese kleinlustigen Gesellen sind ordentlich nervig. Auch weil die relativ blöd angreifen. Äh, noch ein Treffer? Okay. Sollt ihr kriegen. Was geht eigentlich jetzt nicht? Es ist hoch. Ich glaub, da haben wir keine Übersicht noch. Nee, du klaust uns nochmal. Geh, das will ich nicht. Dann bist du hier bald mal fertig. Arsch. Ja, klar. Jetzt komm ich von hinten. Gut. Aber hier sollten wir einen Schlüssel finden. Ja, tatsächlich. Einige Räume wiederholen sich auch gerne mal. So wie eben wieder hier. Ja, und hier erhalten wir auch die Krafthandschuhe, mit denen wir irgendwie... Irgendwie gar nicht erst die Chance lassen zu springen. Ähm, mit denen wir dann diese Blöcke da auch zerschlagen können. So, und hier kannst du ihn jetzt machen, wenn wir ihn da reinkriegen. Ach, verdammt. Dann mach halt den Sprungangriff. So, vorbei. Oh, sind wir auch schon fast fertig. Und da haben wir auch den Schlüssel. Und dafür auch schon die Hälfte unserer Energie gegeben. Okay. Solange ich hier Leben durchkomme. Wir haben jetzt ja wieder drei Leben. Ich bin zwischendurch mal gestorben, damit wir wieder Game Over sind. Und volle Leben haben. Alle drei wieder. Also ich denke, es sollte hier keine Probleme geben. Das finden wir hier unten. Ich glaube, hier ist noch ein Ritter drin. Oder was? Ähm, ne. Ach, du spuckst, glaube ich, gleich Strahlen, ne? Ja. Naja, Strahlen. Ja, Energiebälle. So, aber hier müssen wir noch gar nicht hin. Aber dass du jetzt schon fleißig am Spucken bist, ist wirklich hinderlich. Dann müssen wir doch erst nach oben. Und ich glaube, dann von oben die Krafthandschuhe holen oder so. Ich weiß es nicht mehr. War schon so lange nicht mehr in diesem Dungeon drin, ne? Ich weiß nur, dass ich ihn damals furchtbar gehasst hab. Weil er so furchtbar sch... war. Ja, spuck du nur deine komischen Träpfchen da. Und dann haben wir hier noch so einen Ritter. Geil. Und was kriegen wir dafür? Magie! Scheiße! Wirklich scheiße. Weil ich hätte mich erst noch voll aufladen können. Oh, der Live-Zauber wird auch nicht billiger, ne? Ich hätte mich auch vorher aufladen können und dann... ...irgendwie... ...Magie erhöhen. Weil... ...wenn man die Attribute Energie... ...also Lebensenergie, also Life... ...oder Magie erhöht... ...dann werden die auch voll wieder aufgeladen. So, ich hoffe, ich hab den Schlüssel noch. Dann mach ich mir lieber hier einen Safe-State. Aber bevor ich mich hier irgendwie unnötig in Gefahr begebe... ...mach ich das dann doch lieber so. So, wir haben den Schlüssel noch. Das ist gut. Das heißt, wir haben nichts verpasst. Und den Trank gibt es immer nochmal. Sehr gut. Ja, das mag jetzt zwar etwas komisch aussehen, wie ich es mache, aber... ...so ist es zumindest 100%ig sicher, dass es verklappt. Naja, nur nicht mal 100%ig sicher. Es ist nur sicherer. So. Okay. Ähm, was haben wir in diesem Part geschafft? Eigentlich nicht, aber okay. Ähm, ich bedanke mich trotzdem... ...fürs Zusehen. Und sage bis denne.